für eine vitale körperhaut volle spannkraft haben wir die vitality power lotion für sie entwickelt hier kommen großartige wirkstoffe zum einsatz wie ätherisches orangenöl war holger silizium und koffein für sie zum einsatz noch ein paar mehr diese diese bluschen ist sehr sehr leicht das heißt hier brauchen sie nicht viel sie lässt sich toll einreiben das heißt nehmen sie sie auf jeden fall mit in den in ihre sporttasche aber auch gern natürlich ohne und geben sie ihre haut das was sie braucht um wieder wirklich in die in die richtige elastizität zu kommen die spannkraft denn auch einem denn auch eine männer haut ist besonders schön wenn sie straff und glatt ist so